Ja, ich spare die halt immer. So, jetzt muss ich mich nicht mehr die ganze Zeit an Gollum halten. 10% mehr Schaden im Kampf, aber ich habe hauptsächlich ja eigentlich eh nicht automatische Gewehre. Ja, komm, machen wir nochmal hier. Anforderungen nicht erfüllt, was? Level 18 bin ich nicht, schade. Das kann ich auch nicht skillen. Kronkorken mehr. Näh. Im Wetz. Ist hier irgendwo ein Arzt. Die Impacts stellen 50% von ohne Gesundheit wieder her und Radaway entfernt noch mehr Strahlung. Ach ja, lass das mal machen. Sounds good. To me. So. Gehen wir mal unseren, äh, Mörder- und Entführerfühlen. Wo ist er? Mal schauen. Boah, das kann jetzt ja lang dauern. Muss ich die ganze Zeit meinem Hund hinterher rennen. Wer ist da? Bitte, hilf mal! Hm. Dogmeet, ich muss dich mal ganz kurz allein lassen. Warte, da ruft jemand. Sie brauchen Hilfe! Künstlich um Hilfe. Who needs help? I am here to help! Schnell! Sie ist hier drin! Hilf hier! Hey. Äh, okay. Geh mal rein. Hardware-Town! Das erinnert mich an Hardware-Store. Und an den Song von Weird Aljankovic. Falls irgendjemand Hardware-Store kennt. Ja, 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 ja. Was für ein billiger Hinterhalt. Aber bitte. Komm. Tu mal so, als ob wir es glauben würden. Ja, ja, ja. Du solltest sie doch durch den Keller reinbringen. Mund halten. Sie kommen jetzt hier entlang. Achtung! Ähm. Amöle? Popöle? Das muss irgendwann mal ein Ende haben. Was dauert da so lange? Ich weiß nicht. Vielleicht solltest du mal nachsehen. Meinst du, das mach ich nicht? Ich will sowieso nicht mehr rumsitzen. Was soll das Versteckspiel? Warum schießen wir ihnen nicht in den Kopf, sobald sie durch die Tür kommen? Näh. Da ist wohl noch niemand. Was sind die denn? Hallo? Anybody here? Zurück, lieber. Was zum Teufel? Hier ist niemand. Schau dich um. Weit können sie noch nicht sein. Ja, wo sind die denn? Hallo? Oh, holy shit. Holy mother of God. Okay, die sind ausgenommen auf jeden Fall. Ausgenommen wie die Hennen. Da ist doch jemand. Sehe ich doch. Demo. Mhm. Scheint ein böse Junge zu sein, ne? Was haben wir für den? Ich hätte mal gesagt, Kugeln. Wo ist er hin? Hallo? Was ist hier alles am Arsch? Wo ist er denn hin? Ich sehe ihn nicht mehr. Aha. Aha. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass es so viel Schaden macht, aber hey! I am happy with this. War das der Typ, den ich gerade gesehen habe? Nee. Oder? Scheint niemand mehr da zu sein. Farbmischer. Ist noch jemand da? Mein Gott. Wollen wir halt nebenher die Kühlschränke aus? Ist eh nichts drin. Was ist denn das hier für ein verlorener, verlassener Laden? Jo. What the fuck? Hallo? Wer da? Da ist jemand. Halt. Hab ich gesehen. Da ist sein Räder. Oh. Oh. Moment schon mal. Wer? Huh? Scheiße. Hier drüben! Papp, 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 papp. Oh shit, oh shit, oh shit. Aua. Ihr bitches. Zack. Ein Schuss und kaputt. Das war ein großer Fehler. Da lebt wohl noch was. Ja, super großer Fehler. Auf jeden Fall, Junge. Ihr habt mir ja hart Angst angehackt. Ich kann gar nicht sagen, wie Angst ich jetzt doch hab. Oh mein Gott, Hilfe. So. 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 Das hatte ich mir jetzt ein bisschen härter vorgestellt, aber. Vielleicht ist das eigentlich so gedacht. Ihr, äh, als Anfangs-Quest-Zeug. Kornkacken, Schrot. Joa. Gut. So ist gut. Upsi. Upsi-Daisy. Bonjour. Wie schön, dass ihr so viel Munition für mich dabei habt. Tut ein bisschen molly. Auch nicht schlecht. Dunkey, Dunkey. Was haben wir hier? Oh, shit. Bleib verkleidet. Dammit. Hm. Das ist natürlich nice. Gleich mal anlegen hier. Dammit. Wie heftig ist das denn? Wie seh ich jetzt aus? Sieht's dumm aus? Uh. Na ja, ein bisschen schon, aber. Hey. Es hilft. Und ich bin ein Arsch langsam, weil ich wohl oder übe jetzt zu viel trage. Na geil. Den da könnte ich mal abwerfen. Verblaster Trenchcoat. Zieh ich eh nie an. Ganz im Ernst. Warum hab ich eigentlich diese Arme hier bei mir und den Scheiß? Kampf besser auch mal wegwerfen. Das müsste mal wieder reichen, zum schnell bewegen können. Waffenwerkbank. Kann ich jetzt mittlerweile was Cooles herstellen? Leuchtvisier kann ich machen. Na besser als nix. Machen wir das mal ran. Jo. Das heißt, meine Waffe hat jetzt. Gut sein und die Kamera wieder zurückschieben. So. Besser. So. Ah ja. Äh. Back to my dog. Schätze ich mal. Und was hab ich jetzt? Welchem Teil hab ich? Irgendwas hab ich doch jetzt ein besseres Visier. Das da. Das müsste das bessere Visier sein. Glaube ich doch. Das ist voll nervig. Wenn man gegen die Sonne schaut oder so, dann verpixelt das wohl. Ist das ein absichtlicher Effekt? Weiß ich nicht. Egal. Wie auch immer. Du 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 du. Lass uns mal ein bisschen schneller laufen zu. Jo. What? Oh. Noch eine. San Francisco Sunlight. Kellogg's Lieblingssorte. Bingo. Was meinst du Junge? Kannst du uns weiterführen? Go. The dog is the shit. Auf der Bahngleise? Na okay. Es fährt wohl oder übel kein Zug mehr I guess. Wir rennen hier halt durch die Welt. Wenn irgendwo Gegner sind. Ist schon nicht so schlimm. Was soll schon passieren? Und wie wärs, wenn du mir hilfst? Meine Fresse. Du bist schon absichtlich so ungeschickt, du Hund, ne? Glaube ich. Das machen die doch mit Absicht, ey. Oh Gott. Haben wir's jetzt dann. Ende. Aus. Vorbei. Billard-Küh. Schnell ziehbar. Geil. Komm lass weiterlaufen. Verschwenden wir nicht unsere kostbare Zeit. So. Warte. Ist da irgendwas cooles? Das sieht hier fast schon wichtig aus, aber nee. Nichts zu sehen. Go, Dogmeat. Er hat die Fährte. Wie? Wuff. Oh. Ähm. Ja, das sieht... Sieht ganz gut aus. Fehlversprechend. Oh hell. Joa. Hast du die Fährte verloren, mein Junge? Schüttel, schüttel. Was machen wir dann hier? Warum steht er dann mitten im Weg rum? Ich will da durch. Nein. Ich darf da nicht durch, oder was? Wo ist er denn? Hä? Was macht... Der... Hallo? Ist kein Loch hier irgendwo? Was mache ich denn? Hallo? Was ist los, Junge? Wonach suchen wir? Was? Was ist los? Ich verstehe dich nicht. Ah! Bin ich blöd. Blutige Verbände. Blutiges Verbandszeug. Das ist natürlich wichtig. Eine gute Fährte für Dogmeat. Ach so. Darum geht's uns. Gut, Junge. Schnappen wir uns den Kerl. Immer die frische Fährte suchen. Ja gut. Okay, macht Sinn. Mittlerweile habe ich mich sogar an die Hirnpilze gewöhnt, ey. Einfach so. Ach ja, die nehme ich mit. Die sind ganz gut. Irgendwann hatte ich mal gesagt, die sind ekelig. Alter, legendärer Mischling. Was ist das denn? Für ein Dreck. Wo geht's denn so? Oh mein Gott, mein Hund. Solange er den anderen auf Trab hält, ist mir egal. Ja. Oh mein Gott. Könnten wir das nicht im Busch fortführen? Metallrüstung, rechtes Bein. Ja, genau. Geil. Okay. Ich beschwere mich schon nicht mehr. Ich bin plötzlich doch... Was ist denn eigentlich mit dem scheiß Hut hier? Eine Wahrnehmung. Geil. Legendäre Hunde for the win. So, weiter geht's. Los, los, mein Hund. Was ist das? Da vorne. Da ist was überfallen worden. Was ist das? Holy motherfucking hell. Oh my gosh. Oh oh. I guess they're bad ass. Oh Gott. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ja. Pretty bad ass. Kann mein Hund den eigentlich nicht mal ablenken oder so? Super. Wie schön, dass es ab und zu mal einfach automatisch speichert. Was wären wir nur ohne automatische Speicherung? Verkrüppelter Jauguay. Alter. Und trotzdem fliegt der mich so hart her. Wo ist er denn? I don't see it. Jetzt warte ich einfach, bis ich ihn irgendwo zu sehen bekomme. Ah, da. Oh shit. Oh shit. Oh oh. Snap. Wieso trifft der einen denn immer so hart? So ultra hart. Aber zum Glück haben wir ja auf Stimpaks geskillt. Naja, so viel besser ist das jetzt auch nicht. Oh ha. Alles klar. Äh, äh. Wo wollte ich hin? Mein Inventar. Bisschen was anderes essen noch. Hier. Hilfsmittel. Wasser. Äh. Nein. Ja, essen wir mal was davon. So. Oh ne, schon wieder. Mischlinge. Again. Ne? Und Jollum sagte, mit dem kann man nicht gut legendärer schon wieder. Ist da was? Oh. Aue. Hilf mir doch, Dogmeat. Bist du tot? Hilf mich. Also das hat er vorhin besser hinbekommen. Indem er einfach nur weggerannt ist. Na egal. Hat er wieder was episches? Springmesser mit Glück. Was? Kritische Treffer verursachen doppelten Schaden und der Balken für kritische Treffer füllt sich 15% schneller. Ah ja. Ah. So wie. I don't need this. Thanks. So. Oh. Ja. Da haben wir schon das nächste. Da ist bei dem wir... Äh. Aufpassen sollten. Das war's für heute.